Mein Name ist Fyodor Michalowitsch Dostoevsky. Ich bin ein kranker Mensch. Ich bin ein abstoßender Mensch. Und 20 auf die 17. Fyodor, du hast 3000 gewonnen. Hör auf! Demnächst bei uns Dostoevskys Der Spieler. Lass ihn endlich los! Ich kann nie gewinnen gegen dich. Schreib, Fyodor. Schreib! Du bist kein Mensch, wenn du untätig umsitzt. Nur schreiben, dass du das Recht zu leben. Schaut sie euch an, diese Spieler der Vergeblichkeit. Am Roulette-Tisch der Sehnsüchte. Wie sie mit den gezinkten Karten des Schicksals hadern. Um uns in die Rollen einzufühlen, haben wir die Proben ins Frankfurter Bahnhofsviertel verlegt. Verlieren aber tun sie alle. Hör auf, Jodor. Hör auf! Du verstehst es nicht. Nur eine Sekunde des Glücks. Und ich kann meinen Einsatz verdoppeln, verachtwachen. Wieder hundertfachen. Würdest du mich umbringen, dann könnte ich dich wenigstens achten. Aber du bist zu schwach dafür. Demnächst bei uns Dostoevskys Der Spieler.